Die Werkzeuge befinden sich standardmäßig auf der linken Seite im Programm. Sehe ich meine Werkzeuge nicht, dann kann ich meinen Arbeitsbereich erneuern. Wird ein Werkzeug aktiviert, so erscheinen im oberen Bereich die Einstellungen dazu. Unter manchen Werkzeugen sind noch weitere versteckt, was man an der kleinen Ecke am Werkzeug erkennen kann. Durch Halten der linken Maustaste kann ich mir die versteckten Werkzeuge anzeigen lassen. Jedes Werkzeug besitzt einen eigenen Tastaturbefehl, der in Klammern nach kurzem Verweilen auf dem Werkzeug erscheint. Im unteren Bereich finden wir die Farbauswahl, die zum Beispiel die Farbe des Pinsels oder von Verläufen bestimmen kann. Mit der gedrückten Leertaste lässt sich das Bild verschieben. Dieses Werkzeug ist unter dem Begriff Hand bekannt. Die Farbauswahl Die Farbauswahl Die Farbauswahl Die Farbauswahl Die Farbauswahl Die Farbauswahl